Der OMI-Token hat eine neue Börse, wo ihr den jetzt unter anderem auch erwerben könnt. Außerdem sprechen wir über einen Podcast, wo Dan Crothers, der CEO, auf Vivi etwas sehr, sehr Spannendes gesagt hat. Und außerdem berichtet Coindesk mit 2,9 Millionen Followern allein auf Twitter über Vivi. Das und so viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, dein Vivi OG für die wichtigsten Vivi News. Heute gibt es auf jeden Fall wieder einige sehr interessante News. Deswegen bleib auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende des Videos dabei, dass du wirklich jede Information mitnimmst. Heute ist es wirklich troppevoll, deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein in die News. Ich hatte es in meinem letzten Video schon angesprochen und zwar geht es nämlich hier um die zum 100-jährigen Disney-Jubiläum Comics, die sozusagen hier mit ihren Special Covern rauskommen, mit den Disney-Variant-Covern. Und hier sehen wir von Amazing Spider-Man Hashtag 17 jetzt auch tatsächlich die Cover. Sie sind offiziell vorbestellbar, rechne aber nicht damit, dass du es vor dem 30. Januar 2023 bekommst, denn dort ist es nämlich erst dann lieferbar. Das heißt, ihr bestellt das jetzt vor und bekommt es dann erst im Januar nächsten Jahres. Aber nichtsdestotrotz könnte das Comic auf jeden Fall sehr interessant werden. Außerdem hat der News-Channel Coindesk über Vivi berichtet. Zwar nicht exklusiv in einem Artikel, aber sie haben auf jeden Fall Vivi in einem Artikel zu New York Comic Con mit aufgegriffen. Als natürlich offizieller Partner von Marvel, was Comics und NFTs angeht, durfte Vivi natürlich an dieser Stelle auch nicht fehlen. Dementsprechend wurden sie hier unter Comic Books and Augmented Reality mit einem kleinen Artikel auf jeden Fall hier versehen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Wenn man bedenkt, wie viele Follower einfach Coindesk hat und wie angesehen tatsächlich auch deren Artikel in der Community sind. Aber nicht nur Coindesk hat über Vivi geschrieben, sondern auch NFT-Kalender hat hier den nächsten DeLorean-Drop auch mal angeteasert beziehungsweise hier auf jeden Fall einen Tweet abgesetzt. Und man sieht auf jeden Fall, dass Vivi immer mehr auch an Bekanntheit gewinnt. Ich meine jetzt in einem Coindesk-Artikel auf jeden Fall aufgegriffen zu werden hier über NFT-Kalender ist auf jeden Fall schon ziemlich in Ordnung. Wir sehen, wir haben jetzt zwar hier nur 34.000 Follower, aber nichtsdestotrotz ist das nochmal eine ganz andere Richtung von NFT-Holdern. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, was für NFTs hier sonst promotet werden, ja, da sticht Vivi doch auf jeden Fall sehr, sehr gut raus. Das heißt, hier bekommen wir dann auch vielleicht in Zukunft noch deutlich mehr Aufmerksamkeit in der restigen NFT-Community, die dann vielleicht doch auch mal aufmerksam wird auf Vivi und sieht, was Vivi dort eigentlich macht. Daniel Crothers war unter anderem in einem Podcast zu Gast und das schon am 30.09.2022, das heißt in etwa schon vor drei bis vier Wochen. Und ich habe persönlich mir tatsächlich den Podcast nicht angeschaut, was an dieser Stelle ein großer Fehler war, denn hier wurde etwas nämlich sehr Interessantes gesagt und ich würde sagen, das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt mal ganz kurz an. Also, ihr habt ja auf jeden Fall schon gehört, Vivi hat vor, auf jeden Fall in 2023 richtig aufzufahren, was die Qualität der Collectibles angeht. Ich fand, man hat es jetzt auch schon beim letzten Miles Morales Job sehr gut gesehen, dass die Qualität sehr, sehr, sehr gut war einfach und auch bei vielen anderen Star Wars Jobs war auch die Qualität relativ gut schon. Aber dass sie jetzt 2023 auf jeden Fall nochmal ein großes Update bekommen soll, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, denn die Konkurrenz beziehungsweise auch viele andere NFT-Unternehmen beziehungsweise Projekte fahren natürlich auch ihre Quality hoch und da muss natürlich Vivi definitiv nachziehen und hier wird es auf jeden Fall 2023, glaube ich, ziemlich, ziemlich krass werden mit MCB, UUP, dann auch noch besserer Qualität von den ganzen Collectibles und ich bin mal sowieso gespannt, was 2023 der Fokus sein wird, was für eine bestimmte Art von Collectibles hier rausbringen wollen und so weiter und so fort. Aber du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie du bis jetzt auf jeden Fall erstmal die Qualität von den Vivi NFTs findest, im Allgemeinen jetzt nicht von Einzelnen, denn es gibt einfach manche NFTs, die sind einfach, ja, einfach sehr, sehr schlecht von der Qualität, das kann man einfach so nicht anders sagen, aber kannst mir auf jeden Fall mal gerne deine allgemeine Meinung zu der Qualität NFTs und reinschreiben. Ansonsten würde ich sagen, geht's ab ins nächste Thema. Und bevor wir ins nächste Thema springen, würde ich dich auf jeden Fall an dieser Stelle ganz kurz daran erinnern, dem ganzen Video ein Like zu geben, wenn es dir bis jetzt gefallen hat, denn das unterstützt mich auf jeden Fall enorm und pusht das ganze Video noch mehr an andere Leute auf YouTube. Jetzt würde ich aber sagen, geht's auf jeden Fall weiter mit den weiteren Vivi News. Das monatliche Update von Ecomi ist außerdem natürlich erschienen zum September. Das Ganze ist relativ umfangreich tatsächlich gewesen, auch mit einigen Bildern versehen tatsächlich auch hier an der Stelle von mir ein Bild mit dabei und natürlich hier das Community Bild ganz klar und ansonsten, wenn man weiter runter scrollt, ja, dann findet man doch auch etwas sehr interessantes und zwar OMI is now listed on Bitcove und das wusste ich tatsächlich gar nicht, jetzt wissen wir es aber. Bitcove ist nämlich eine irische Exchange, also eine europäische Exchange und hier könnt ihr jetzt auch ab sofort den OMI Token handeln. Ich habe mir das Ganze auch mal angeschaut und ja, wenn ihr hier oben drauf geht, dann findet ihr den OMI Token zwar relativ weit unten, aber ihr findet ihn und ihr könnt ihn auf jeden Fall hier auf Bitcove handeln. Ich persönlich habe mich jetzt mit der ganzen Thematik noch nicht viel weiter auseinandergesetzt, was die Börse denn noch alles hat, aber einfach der Fakt, dass wir hier auf jeden Fall noch eine weitere Börse mit an Bord haben, ist auf jeden Fall schon mal relativ vielversprechend. Wenn du in Zukunft außerdem immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was das Thema Ecomi angeht und auch den OMI Token, dann abonnier auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, denn so erfährst du auf jeden Fall am schnellsten und als erstes die nächsten News zum Ecomi Token. Und wenn wir schon mal beim OMI Token gerade sind, dann schauen wir uns doch direkt auch mal den Preis in, denn der liegt momentan bei 0,0012 Dollar Cent, momentan 0,1% im Minus bzw. gefallen. Ja, es ist momentan relativ ruhig, es geht immer so ein bisschen Stück für Stück abwärts, aber im Großen und Ganzen passieren jetzt momentan hier keine großen Kurssprünge. Ich gehe davon aus, dass wir aber wahrscheinlich in der nächsten Zeit nochmal einen großen Schock sehen werden, wie schnell sich der dann erholen wird, werden wir sehen, aber es hängt natürlich auch ganz davon ab, wie die wirtschaftlichen Zahlen sind, die aus den USA kommen, wie auch aus Europa. Und das wird auf jeden Fall sehr entscheidend sein, was natürlich auch die Geldmenge betrifft, die hier in das ganze Projekt reinkommt oder dann halt auch wirklich rausgezogen wird von großen Leuten bzw. von vielen auch kleineren Fischen, die dann einfach Angst haben, noch mehr zu verlieren. Ich persönlich habe auf jeden Fall meine Ordnung platziert und ich warte einfach persönlich ab, bis der OMI Token nochmal ein bisschen fällt und dann kaufe ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen nach. Und ansonsten betreibe ich eigentlich durchgehend Dixie A. Okay, ja und ansonsten für jeden, der auf jeden Fall den DeLorean Drop mitnehmen möchte, auf jeden Fall gute Nachrichten hier für dich, denn der DeLorean wird fliegen und das ist wirklich super, super cool. Wir haben schon von David Yu dazu ein Video gesehen und ich muss wirklich sagen, also das ist wirklich ein richtig, richtig cooles Collectible. Das kann man tatsächlich nicht anders sagen und ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir für noch coolere Collectibles hier sehen werden und für jeden, der jetzt sagt, hey, jetzt bekommen wir schon den zweiten DeLorean, wir haben doch aber schon einen, ja, es gibt aber tatsächlich drei DeLoreans und dementsprechend werden wir hier auch noch irgendwann den dritten sehen. Das heißt, macht euch auf jeden Fall bereit, dass wir irgendwann nochmal den dritten sehen und an dieser Stelle nur ein ganz kleiner Hinweis für euch da draußen, aber das werden wir auf jeden Fall auch sehen, darauf könnt ihr auf jeden Fall wenden. David Yu war außerdem zu Gast bei Randy Chavez, 69 Stunden Livestream, was erstmal überhaupt ziemlich, ziemlich krass ist hier, was Randy hier veranstaltet und David hat natürlich sich auch einigen Fragen gestellt und was er hier auch gesagt hat, dass wir eine neue AT-Plus-Lizenz dazu bekommen haben bei Bibi insgesamt in den letzten zwei Wochen, das heißt insgesamt drei AT-Plus-Lizenzen und das ist schon eine richtig große Nummer, muss man einfach mal so sagen, wenn man überlegt, was für Lizenzen wir schon an Bord haben, die AT-Plus sind und es gibt nicht allzu viele, dementsprechend, ja, schnürt sich auf jeden Fall jeder Sack immer, immer weiter zu an den Lizenzen, die Vivi schon eingesackt hat und das ist natürlich sehr, sehr strong und es wurde auch so ein bisschen darüber geredet, was für eine Lizenz das ist bzw. in welche Richtung das geht und zwar handelt es sich anscheinend um eine japanische Lizenz und sie sind schon bereits seit 2017 dabei, diese zu verhandeln. Also wir haben es anscheinend wirklich hier mit einer sehr, sehr guten Lizenz zu tun. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt über deine Meinung in den Kommentaren, was das vielleicht für eine Lizenz sein könnte und ansonsten haben wir auf jeden Fall auch wieder mal die SpaceX-Kappe mit dabei, die auf jeden Fall hier auch, glaube ich, wieder ein bisschen für Spekulationen gesorgt hat, ob das Ganze jetzt ein Zeichen ist auf die anderen zwei Lizenzen, die wir da unterschrieben bekommen haben oder nicht, das wissen wir natürlich an dieser Stelle nicht, aber das auf jeden Fall hier aus dem ganzen Stream bis jetzt. Und das war es an dieser Stelle mit den ganzen Vivi-News für den heutigen Tag. Wenn dir das ganze Video auf jeden Fall gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir da draußen noch einen wunderschönen Morgenmittag. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende und bis dann, dein Captain. Ciao, ciao.